Der Kunde wünscht sich eine Alternative zu Fliesen im Bad. Was nun? Inzwischen gibt es eine ganze Reihe interessanter Alternativen, wie zum Beispiel ein Designbelag. Da auch hier das beim Duschen und Baden unvermeidbare Spritzwasser nicht in Wände und Boden gelangen darf, ist ein zuverlässiger Systemaufbau unverzichtbar. Welche Besonderheiten bei der Verlegung von Designbandbelägen in der Dusche zu beachten sind und wie ihr am besten vorgeht, sowohl im Neubau als auch im Zuge der Sanierung? Das und noch viel mehr erfahrt ihr auf unserer E-Learning-Plattform der ADEX Academy.